Ahoi ihr Lieben, Landausflüge gehören ganz klar zu einer Kreuzfahrt dazu und da habe ich ja im Wesentlichen zwei Optionen. Ich kann entweder sagen, ich wähle nun die Variante, dass ich alles über die Reederei buche, ganz bequem, oder ich sage, Mensch, ich organisiere das irgendwie selber, wo ich natürlich viel mehr Optionen habe, so was möglicherweise auch günstiger ist, vielleicht auch nicht, also das kann ganz unterschiedlich sein. Ja, und in diesem Video will ich euch mal aufzeigen, wie man ganz gut Landausflüge auf eigene Faust organisieren kann. Deswegen, das Video dauert ein bisschen länger, weil ich euch das eine oder andere schon ein bisschen mal im Detail zeige. Ja, und so seid ihr dann in der Lage, selber zu organisieren und ihr müsst dann nicht in irgendwelche Facebook-Gruppen gehen und sagen, was kann man in Barcelona machen? So, weil wenn jetzt tausend Leute jeden Tag fragen, was kann man in Barcelona machen, das ist nicht so ganz sinnvoll. Oder manche fragen, was sollte ich machen? Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen auch die Frage, was man selber für Interessen hat. Ja, was, ich habe gesagt, rund um Sorglos-Paket über die Reederei, das bedeutet, ich habe natürlich grundsätzlich bei Änderungen im Reiseablauf kein Problem. Was weiß ich, das Schiff kommt später als geplant im Hafen an, der Hafen fällt komplett aus, kann auch sein, oder aber der Tag ändert sich, kann bei Kreuzfahrten alles passieren. Wenn ich den Ausflug über die Reederei gebucht habe, kümmern die sich schon mal gut. Und wenn ich einen Ausflug mache, wo irgendwas dazwischen kommt und ich erreiche das Schiff eigentlich nicht mehr pünktlich zum Auslaufen, das Schiff wird in diesem Fall warten. In Extremfällen, wenn ich sehr viel zu spät komme, dann würde die Reederei die Weiterreise für euch organisieren, weil wenn das Schiff nicht warten kann, kann auch passieren natürlich. Aber habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört oder habe ich schon wieder vergessen. Aber na gut, ich brauche auch kaum Zeit für die Planung. Ich gucke in so eine Liste rein, wir schauen uns gleich mal eine an und dann wähle ich da was aus, buche es, bezahle es und gut ist. Es ist aber natürlich insgesamt eher teuer. Also man kann schon sagen, viele Dinge, nicht alle, kosten so ungefähr das Doppelte von dem, hängt auch ein bisschen vom Anbieter ab, aber jetzt, wenn wir uns gleich mal das Beispiel angucken bei einer Reise mit AIDA Cosma, kosten ungefähr vielleicht das Doppelte, wie man bezahlen würde, wenn man es selber organisiert. Aber klar, man muss auch Zeit aufwenden und Zeit ist am Ende auch Geld. Also besonders amerikanische Anbieter können übrigens aber auch deutlich teurer sein, weil die Zahlungsbereitschaft der Amerikaner, weil die so wenig Urlaub haben, in der Regel Urlaubstage haben, in der Regel höher ist dann an so einem einzelnen Tag. So, für die Planung der Ausflüge über die Reederei, ich brauche kein Englisch, weil das ist natürlich bei AIDA mein Schiff, so Hapag Lloyd, Phönix reisen, Planturs, Kreuzfahrten, das ist natürlich alles auf Deutsch. Also muss ich jetzt für die Planung nicht auf irgendwelchen englischsprachigen, spanischen Webseiten oder wie auch immer gehen, sondern gar kein Problem. Es hat allerdings auch so einen Reedereiausflug, wenig Abenteuercharakter. Also man könnte jetzt sagen, noch nie begann ein Abenteuer damit, dass 50 Leute gemeinsam in einen Bus stiegen. Aber ich glaube, ihr wisst, was gemeint wird. Es ist natürlich gemeint, es ist natürlich so eine Art von, ja, schon eine Art von Großgruppentourismus, was es vielfach eben ist. Meistens ist es größere Gruppen, in denen man unterwegs ist. Kleinere Gruppen gibt es dann und wann auch bei den Reedereien. Aber das ist dann meistens so, dass es dann natürlich deutlich teurer ist. Dann ist es natürlich so, ich habe ein eingeschränktes Angebot, was mir die Reederei zur Verfügung stellt an Ausflügen. Ja, denn selbst bei einem großen Schiff, also wir gucken uns ja gleich mal Angebote, Reihelausflüge an bei einer Kreuzfahrt mit der Ida Cosma, 5000, 6000 Gäste. So, da habe ich natürlich eine gewisse Auswahl. Aber wenn es jetzt ein kleines Schiff ist mit 500 Gästen, ist die Auswahl natürlich relativ eingeschränkt, logischerweise. Und da ist es dann sowieso ein guter Tipp, ja, sich darüber hinaus zu informieren, was kann ich vor Ort machen. Was gibt es für Gründe, auf eigene Fausten Ausflug zu machen? Klar, Geld sparen möglicherweise. Wenn ich nun sage, die Zeit, die ich da investiere, die ist halt mein Hobby. Die investiere ich dann mal einfach. Dann ist es häufig auch so, dass es Ausflüge im kleineren Kreis sind. Das ist natürlich auch was. Dann kann ich eben auch etwas machen, was die Reederei möglicherweise gar nicht anbietet. Und ich kann, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ich kann zeitlich nach eigenen Vorstellungen den Tag verbringen. Häufig ist es so, Ausflüge gehen dann los um 8.30 Uhr oder so. Wo ich immer denke, so, hallo, Moment mal, ich schlafe bis 8.30 Uhr. Wie soll das denn gehen? Also da müsste ich ja schon um 7.15 Uhr aufstehen und frühstücken und so weiter. Und ja, und eigentlich will ich ja, wenn ich jetzt im Urlaub bin, sowas nicht haben. Ich will eigentlich ja nicht, ich will ja nicht früher aufstehen, als ich sonst tue. So, da würde ich also, wenn ich 8.30 Uhr aufstehe, also sagen wir mal so, vor 10 will ich da eigentlich nichts machen. Aber klar, man muss sich da dann nach den Abläufen der Reederei richten. Und auch das spricht dann eigentlich dafür, das Ganze irgendwie selber zu organisieren. Was noch eine dritte Option natürlich grundsätzlich ist, ich kann auch einfach gar nichts organisieren. Weder was buchen noch organisieren. Kann einfach rausgehen, kann ein bisschen rumlaufen und da gucken. Kann auch mal okay sein. Ja, wenn man das immer macht, ist es vielleicht ein bisschen verschenkt. So, ja. Oder, also ich würde schon sagen, ein bisschen Zeit zu investieren. Lohnt es sich, entweder also bei der Reederei buchen oder selber organisieren. Dann eigentlich noch eine vierte Option. Ich kann auch einfach auf dem Schiff bleiben. Das geht natürlich auch, wenn ich eine Reise habe mit vielen Tagen. Oder wenn ich eine Reise habe, eine Woche ohne Seetag, dann kann ich auch mal selber mir einen Schiffstag machen, in dem ich einfach an Land bleibe. Weil das geht natürlich auch. So, jetzt fragen sich die Leute, ja, was kann ich denn vor Ort machen? Meine Güte. So, erste Orientierung bildet da natürlich dann die Seite der Reederei. Ich bin jetzt hier mal beim MyAIDA Muster-Login. Ne, wie heißt es? Demo-Login. Wo man dann mal sehen kann, was wird so angeboten. Und man sieht dann hier so die Geschichten. Gaudis Park und gotisches Viertel zu Fuß. Ja, Gott, das ist relativ, kann man sich relativ gut vorstellen, dass man das wohl auch selber machen kann. Ja, also da geht man dann halt hin, hat unter Umständen dann keine Führung oder was. Aber wenn man das einfach nur mal so von außen sehen will oder so, das kriegt man alles relativ einfach selber organisiert. Dann habe ich so Dinge mit dem Katamaran entlang der Küste von Barcelona. Da kann ich natürlich alternativ auch gucken, Katamaran-Tour Barcelona, kann ich dann googeln. So, und dann sehe ich hier diverse Anbieter. Katamaran, Official, Katamaran, Barcelona. So, würde dann da auf so eine Webseite gehen. Und da muss ich natürlich immer gucken. Also wir haben jetzt als Datum mal den 9. September genommen. Und da muss man halt immer gucken, okay, ist denn an dem Tag überhaupt was verfügbar? So, und 55 Euro waren wir bei AIDA. Guck mal, das würde ganz gut passen hier. 13 Uhr, Katamaran, Sail in Skyline. So, ach krass, ja. Ja, gut, da wäre ich jetzt nicht bei 55 Euro, sondern wäre bei 15,50 Euro. So, hat allerdings den Nachteil, ich muss auch irgendwo sehen, wie ich da hinkomme. Also das ist ja nicht so, dass die Katamaran-Tour da direkt am Kreuzfahrtterminal anfängt, sondern, ja, das ist ja dann was, was man dann auch wieder noch organisieren muss. Also wie gesagt, von rundum sorglos kann jetzt nicht die Rede sein. Und gerade wenn ich jetzt hier vorab irgendwas buche und es gibt Änderungen, ist halt dann die Frage, kriege ich dann das Geld zurück? Also man sieht sowas wie Katamaran-Tour. Das kriegt man relativ schnell hin, dass man da was selber organisiert. Komm an Land, Panorama-Fahrt durch Barcelona. Ich hasse Panorama-Fahrten, weil man fährt da einfach nur irgendwo lang, schaltet an und dann und macht ein Foto und so. Das ist nicht meine Vorstellung von einem Landausflug. Dann die Sagrada Familia. Das müsste eigentlich auch was sein. Sagrada Familia, was ich selber organisieren kann. Also zumindest Tickets, dass ich einfach reingehe, ob man da jetzt eine Führung oder was bekommt. Hier offizieller Ticketverkauf. Ja, also das kriegt man sicherlich auch irgendwo hin. Ach so, wer bist du? Individuell oder Gruppen? Nee, wir sind hier individuell. So, ach ja, und da würde man dann hier, guck mal, da sieht man, das ist alles auf Englisch. Kann man es hier noch umstellen? Nee, Spanisch, Katalanisch, Englisch. Aber da sieht man halt das, was ich sage, Englisch sollte man schon können. Guide-Tour mit einem Audio-Guide. Vielleicht ist der auch auf Deutsch, also nee, vier Languages, Französisch, Englisch, Spanisch, Katalanisch, ja. Ach ja, und hier sieht man schon mit Guide-Tour in Spanisch oder Englisch, 40 Euro wäre man da. Also das ist ungefähr das, was ich sage, so die Hälfte. Allerdings müsste ich halt auch so sehen, wie komme ich dann da wieder hin zur Sagrada Familia. Dann hier Europas größtes Fußballstadion. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Camp Nou, keine Ahnung, auf Spanisch. So, wenn ich da jetzt mal gucke, da finde ich dann auch hier Barca Stadion, Stadion, Tour und Museum. Und da sieht man, ich glaube, was waren das gerade? 79 Euro, genau. So, wenn ich jetzt hier gucke, die einfache Basic-Tour, 28 Euro. Ja, so, muss aber auch wieder sehen, wie ich da hinkomme. Da könnte ich dann gucken, bei Google Maps natürlich, so, würde dann da sagen, Barca Tour, Quatsch, nee, Camp Nou, so wollte ich sagen, hier, genau. Und dann machen wir mal Routenplan, ups, Routenplaner und sagen dann mal Barcelona Cruise Terminal, meinetwegen C, die liegen alle hintereinander, insofern ist das relativ egal. Weil, ah, da sieht man allerdings schon, das ist zwar jetzt eine Strecke mit dem Auto, das sind neun Kilometer, das ist gar nicht so schrecklich weit, brauchen wir mit dem Auto eine halbe Stunde, Stadtverkehr und so weiter. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist halt so ein bisschen dieser Mist, dass man da nicht so richtig wegkommt, sondern man muss erst mal hier hin. Und da ist hier dann eingerechnet, dass man erst mal 51 Minuten diese Strecke hier läuft. Ja, so, und dann brauche ich, also insgesamt von da brauche ich dann nur noch etwas über eine halbe Stunde. Aber, ja, gut, also ihr seht, und dann muss ich natürlich noch klären, was ist denn eigentlich mit dem Ticket? So, da müsste ich jetzt hier noch auf das, auf die Webseite hier, neun Euro Ticket gibt es da nicht, jetzt müsste ich hier noch auf die Webseite vom örtlichen Verkehrsverbund, also es ist nicht ganz einfach. Hola Barcelona, Travelcard, Unlimited Journeys für zwei, drei, vier oder fünf Tage. Na gut, wenn ich einfach nur da bin, nützt mir das nichts. Also, ja, gut, das wäre dann also im nächsten Schritt, wo ich gucken müsste. Also das nur kurz als Orientierung, man kann sowas selber machen. Barcelona Aquarium, gotisches Viertel, kann ich danach selber noch hingehen. Also, Barcelona Aquarium, sowas ist überhaupt gar kein Problem. Sowas kann man leicht selber machen. Dann habe ich hier, sowas ist tatsächlich ganz interessant, weil dann und wann verbirgen sich auch Trips dahinter, die nicht so schlecht sind, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Sitges Strand und Shopping. Das Problem ist auch wieder, nach Sitges könnte ich auch wunderbar, eigentlich, nach Sitges kann ich wunderbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Prinzip und dann da an den Strand gehen. Das ist jetzt eigentlich keine große Leistung. Aber auch da wieder habe ich das Problem, dass ich irgendwie erstmal da aus dem Kreuzfahrtterminal wegkommen muss. So, und so dauert dann dieser ganze Trip, obwohl das nur, wie viele Kilometer sind? Ich glaube, 43, ja, wo ich mit dem Auto brauche ich 47 Minuten. Dieser Trip hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln würde dann hier im besten Fall eine Stunde 53 dauern, weil ich auch erstmal wieder 42 Minuten da irgendwo hin muss zur Metro oder was, ja, dann umsteigen muss und nochmal fahren und dann nochmal umsteigen. Also ich muss zweimal umsteigen. Also da denke ich doch lieber so, komm, für 35 Euro mache ich das dann lieber, was die Reederei anbietet. Oder aber, das wollen wir uns nicht im Detail angucken, dieser Ilia Fantasia, so wird es, glaube ich, ausgesprochen, dieser Wasserpark hier, der ist auch derart ungünstig gelegen, dass man, wenn man nicht gerade ein Auto hat, so, dass man da, dass es unheimlich doof ist, da hinzukommen. Also wenn ich sehe, ich würde zwei Stunden acht da irgendwie brauchen mit dem Auto oder mit dem Busbräu eine halbe Stunde und dann kostet das Ganze mit Eintritt 59 Euro, da denke ich, naja, komm. So, also das nur so als Anregung, Barcelonas Höhepunkte, ja Gott, da gibt es auch Hop-on, Hop-off-Bus. Dann Highlights mit dem Bike entdecken und das ist halt natürlich auch was, wer sich ein bisschen aktiv betätigen will, der hat hier Fahrradtouren rund um Sorglos-Paket, allerdings große oder mittelgroße Gruppen und leider auch nicht so schrecklich lange Strecken, mal 25 Kilometer, so, das ist natürlich nicht so richtig für Sportliche, so, ne. Gut, aber das nur erstmal so, ja, als Anregung, was kann ich überhaupt machen, so, was bietet die Reederei erstmal an, so, das ist dann Schritt eins. Wenn jetzt da noch nichts dabei war, so, dann könnte ich auch mal sagen, so eine Webseite wie TripAdvisor zum Beispiel, die bietet da noch ganz gute, ganz gute Anhaltspunkte, wo kann ich hingehen, also zum Beispiel hier die Top 10 Sehenswürdigkeiten in Barcelona. Sowas ist natürlich in so einer Stadt wie Barcelona immer so ein bisschen mit Vorsicht auch zu genießen, weil es natürlich so ist, hier sind wir, hier haben wir wieder die Sagrada Familia, so das gotische Viertel, weil es natürlich so ist, das, was hier jetzt empfohlen wird, das sehen wir ja jetzt nicht exklusiv, sondern das sehen natürlich die tausenden Besucher, die da eh da sind. Also hier haben wir wieder da dieses, dieses Stadion zum Beispiel, also das ist so ein bisschen so immer die Sache, wenn ich irgendwie das suche, wo jeder eigentlich hin will, dann darf ich mich am Ende nicht darüber wundern, dass dann auch jeder da ist und es möglicherweise da brechend voll ist. Also hier kriege ich eigentlich eine ganz gute Orientierung, so, ja, also das ist zum Beispiel TripAdvisor, so, mittlerweile ist es auch so, weil das ist natürlich, das Geschäftsprinzip ist natürlich auch, dass hier dann diverse Dinge auch verkauft werden, da kann ich dann hier teilweise schon Eintrittskarten oder sowas buchen. Ja, so, dann gibt es, wer es jetzt ein bisschen bequemer haben will, es gibt meine Landausflüge. Das ist ein Anbieter, der hat sich so ein bisschen darauf spezialisiert, alternative Ausflüge anzubieten für Kreuzfahrer. Da wähle ich dann meine Reise aus, in diesem Fall diese AIDA Cosma Reise. So, das ist jetzt der Vorführeffekt hier. Warum geht es jetzt nicht? Ach doch, jetzt, jetzt. Und wir wollen für den Tag in Barcelona am 9. September mal gucken, was er hier anbietet. Das ist dann meistens etwas günstiger, als über die Reederei sowas direkt zu buchen, meistens aber in kleineren Gruppen. Also ich meine, gut, die Fahrradtouren, wo wir gesehen haben, das waren jetzt eher so auch um die 60 Euro. Das ist jetzt hier kein großer, also preismäßig ist das jetzt gar nicht so die Geschichte. Aber es wäre dann so die Idee, dass man möglicherweise, dass man möglicherweise da in kleinerer Gruppe oder so unterwegs ist. Also das ist so ein bisschen eine relativ bequeme Geschichte. Man ist da auf Kreuzfahrer spezialisiert und man hat da diverse Optionen. Man hat da diverse Optionen, möglicherweise auch bei Umrutungen oder so. Da gibt es, das lohnt sich mal näher anzuschauen, wie sind dann da eigentlich die Bedingungen. Da ist man wirklich auf Kreuzfahrer eingerichtet. Get Your Guide, so das ist relativ erfolgreiche Webseite, relativ erfolgreiche Webseite, wo ich nun unabhängige Touren buchen kann. Da muss man sagen, sowas gab es früher nicht. Also das ist so, also als ich jetzt vor 15 Jahren das erste Mal, glaube ich, in Barcelona war im Rahmen einer Kreuzfahrt, da hatte ich das jetzt nicht so, dass ich da relativ bequem irgendwelche Sachen hier buchen kann. Und ja, hier habe ich also auch nochmal entweder Eintrittskarten oder die Hop-on-Hop-off-Bus-Tour oder aber Katamaran-Kreuzfahrt. Achso, gucke mal, hier gibt es also auch das Aquarium. Also hier begegnet uns all das wieder, was ich woanders auch habe. Aber hier muss man gerade mal schauen. Hier ist es meines Wissens häufig so, dass ich da eigentlich keine Stornow-Optionen oder so habe. Ja, Führung gibt es halt auch. Die Sagrada Familia-Tour, drei Stunden ohne anstehende Kleingruppe ab 49 Euro. Wobei man immer sehen muss, ab ist ja immer so eine Sache. Ja, weil was ist denn wirklich, wenn ich es jetzt mal zu zweit buche? 12.30 Uhr, verfügbare Startzeit, zwei Stunden. Ja, guck mal, wenn ich bis zu zehn Personen dauere, zwei Stunden. So, da wäre man jetzt bei 59 Euro und da muss ich irgendwo auch noch hinkommen. Dann ist man wieder gar nicht so weit entfernt von dem, was die Reiter aufruft. Also, das hier als Anregung. Get Your Guide. Es gibt ähnliche Anbieter. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Wieter. Wieter.com. Ist das eigentlich auch auf Deutsch? Warte mal. Kann ich auch auf Deutsch einstellen hier? Deutsch. So, jetzt sage ich hier wieder Barcelona. Also, da mal durchzugucken. Wobei, das sind eben nur Plattformen. Meine Landausflüge. Get Your Guide. Wieter. Das sind eben nur Plattformen, die letztlich etwas vermitteln, die also nicht selber die Ausflüge anbieten. So, und am Ende sehen wir wieder ähnliche Dinge hier. Schnellzugang zur Sagrada Familia. Ja, Schnellzugang ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und gerade in Zeiten, wo, ja, wo man, wo man, wo es irgendwo voll ist. Tapas und Weinerlebnis in kleiner Gruppe. Sowas klingt auch nett, ne? Wobei man dann wieder sagen muss, ist das dann überhaupt zu einer Zeit, weil wenn ich irgendwie nur bis 18 Uhr da bin, dann ist sowas wahrscheinlich in erster Linie abends. Also, man sieht, wo sehe ich es, so, man sieht, man kann da wirklich dann Zeit aufbringen. Oh ne, oh ne, guck mal, es gibt hier auch die 11 Uhr Variante, aber das scheint dann offenbar in einer kleinen Gruppe nur zu sein. Zwei Erwachsene, ach ja, Private Tour, genau, zwei Erwachsene, 150 Euro, 300 Euro, ja, gut. Oder aber die in etwas größerer, zum Mittagessen, drei Stunden, um 11 Uhr beginnend, das ist keine Private Tour, da sind es mehrere Gäste dann da, da bin ich bei 80 Euro. Aber klar, so eine Plattform, Wierter, ich nehme an, dass die schon vielleicht 30 Prozent oder so dann da immer raufrechnen, verglichen jetzt, wenn man jetzt bei den Leistungsträgern, wie es so schön heißt, direkt buchen würde. Also, Wierter, sowas auch noch eine Option. Eine Seite, die ich selber noch nicht ausprobiert habe, With Locals. So, das, da steht so ein bisschen der Guide im Vordergrund, das finde ich spannend tatsächlich. Also sagen wir jetzt wieder 9. September und da kann ich nämlich mir schon angucken, den Guide vorher. Also, das ist jetzt nicht so, dass das dann irgendwer macht, sondern man bucht dann da den Juan oder so, wie heißt, wie heißt, wie heißt, wie heißt man in Barcelona, ja, Juan, Juan, sowas. Also jetzt könnte ich hier sagen, Barcelonas beliebteste Märkte, 10 Verkostungen, klingt ja eigentlich ganz gut. So, muss man mal gucken. Drei Stunden dauert das Ganze, sieben Gründe für die Einzigartigkeit und so weiter. Wähle deine Gastgeber-Favoriten aus. Ich will da nun starten um, ach, muss ja nicht so früh sein, sagen wir 12.30 Uhr, so, am 9. September, zwei Erwachsene, 92,15 Euro pro Person. Aha, Silvana hätte Zeit, The Energetic Journalist, sie spricht Spanisch und Englisch. So, die könnte ich jetzt hier buchen, allerdings könnte ich auch sie hier, Ilona, Thomas und dann kann man da sehen, was sprechen sie, Englisch, Französisch. Englisch, Französisch, das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, so, dieses, dass die Leute da im Vordergrund sprechen, stehen und da muss man sagen, bislang noch keiner mit Deutsch, doch hier, Lucy, The Fashion Designer, die spricht auch Deutsch. So, und jetzt könnte ich hier die Verfügbarkeiten überprüfen und da steht, Lucy ist an diesem Tag available, könnte das dann buchen, 92,15 Euro und dann bin ich aber wirklich zu Zeit nur mit der zusammen. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, ich habe es, wie gesagt, bislang noch nicht ausprobiert, ja, so, also, das ist so eine Geschichte, dass man nun auch, dass man nun auch sagen kann, so, okay, wir gucken mal, wir gucken mal, was bieten diese Plattformen, so, wenn man jetzt aber sagt, so, hm, ja, so richtig, das wird also angeboten, aber wie ist es denn, wie ist es denn, wenn ich so Interessen habe, wie zum Beispiel, meinetwegen interessiere ich mich für Freizeitparks, so, dann google ich Freizeitpark Barthelona und dann kann man natürlich mal gucken, was gibt es da in der Nähe, da finde ich da irgendwelche Übersichten, also das hat mir ja bislang offenbar keiner hier angeboten, aber wenn mich das interessiert, dann kann ich selber gucken, okay, Freizeitparks interessieren mich und dann müsste ich halt gucken, okay, der Tibi, was, Tibi, da, das ist ein Zungenbrecher, Tibi, da, wo, Park, so, da würde ich dann mal gucken, hier, ob das 35 Euro zum Anbieter, würde ich dann da mal gucken, so, also, was ich damit sage, was, nicht available, jetzt ist man wieder hier auf irgendwelchen katalanischen Webseiten, ups, the page ist nicht mehr, gibt es gar nicht mehr, vielleicht gibt es den Park gar nicht mehr, oder was, also, ja, ihr seht, das Ganze ist nicht so einfach, also man kann da wirklich Zeit ohne Ende verbringen, aber das ist nochmal grundsätzlich die Idee, vielleicht eher so ein bisschen in die Richtung zu denken, was interessiert mich eigentlich und finde ich da etwas, was mich interessiert, was ich dann machen kann, weil viele sind so, dass sie gucken, ja, was wird denn da angeboten und alles andere wird es ja wohl nicht geben, das ist natürlich Quatsch, wenn ich zum Beispiel, ich habe zum Beispiel mal auf Phuket, habe ich mal einen Kochkurs gemacht, sowas kann man natürlich, auf Barcelona, in Barcelona kann man es natürlich auch machen, so, da lande ich jetzt wieder bei den üblichen TripAdvisor, Get Your Guide, Why Hitta, With Locals, ja gut, alle, die ich hier schon vorgestellt habe, so, dann kann ich mal gucken hier, was gibt es hier, na gut, können wir bei With Locals mal gucken oder hier gibt es Barcelona.de, das ist wahrscheinlich eher ein redaktioneller Beitrag, wo man dann gucken kann, wobei, ne, hier sind dann auch wieder die buchbaren Sachen verlinkt, also das ist jedenfalls auch die Anregung, mal zu suchen, was mich interessiert oder ich sage, Mensch, ich will vielleicht mal Jetski irgendwo fahren, haben wir bislang noch nirgends gesehen, aber wenn man jetzt mal sucht hier nach Jetski, dann sieht man, ach krass, gibt es auch, ne, wie gesagt, ist jetzt vom Rechercheaufwand natürlich dann relativ groß, dass man gucken muss, okay, was, wie gesagt, englischsprachige Webseite dann im Zweifel und dann würde man halt gucken, Jetski without License, was kostet sowas dann, okay, 20 Minuten, 75 Euro, ja, also das, das ist so ein bisschen so die Idee oder aber, wenn ihr sagt, so eine Biketour, da gibt es ja dann unterschiedliche Möglichkeiten, entweder sagt man rund um Sorglos-Paket, auch dafür gibt es alternative Anbieter, wie hier sehen wir bacherbikes.eu, die hier bei Google dann nun werben, deswegen stehen sie ganz oben, ob das jetzt gut ist, weiß man natürlich nicht, man kann dann irgendwo gucken, ob man Bewertungen findet, aber, wobei, das weißt du bei der Rederei vorher auch nicht, also man könnte jetzt sagen, 9. September, deutscher Guide, du zu geht's, was ist das für eine Sprache, das ist doch holländisch hier, so, würde man jetzt sagen, und da sagt er hier im Preis von 32,50 Euro, das ist natürlich die Highlights in drei Stunden, klingt jetzt nicht so unattraktiv, ich muss aber natürlich irgendwo da mal wieder dann hinkommen, also, ja, tatsächlich, 32,50 Euro, guter Preis. Was ich aber natürlich auch machen kann, wenn ich sage, Fahrrad fahren, dass ich dann suche, okay, Barcelona, rent a bike, so, da finde ich diverse Anbieter, e-bike ist dann gar nicht mal, meistens gar nicht mal so günstig, das kann dann auch schon mal für 60 Euro am Tag sein, wo man dann denkt, so, naja, komm, aber wenn es über die Rederei der ganze Ausflug 69 kostet, da gehe ich nicht doch da irgendwo hin, wo ich 60 Euro fürs E-Bike zahle. Also, hier könnte ich jetzt Bike Rental Barcelona, auch da wieder, muss man wieder gucken, wo ist es auf der Karte, wie komme ich dann da hin, aber generell würde ich euch ermutigen, auch sowas durchaus mal zu machen, und guck mal, so ein klassisches City-Bike 16,50 Euro, wobei hier das E-Bike 32 Euro, das geht. So, zu den Bikes kommen wir gleich noch, was generell auch ein Tipp ist, vieles, was wir jetzt hier bei Google gefunden haben, das sind natürlich Dinge, wo häufig eine direkte Verkaufsabsicht mit verbunden ist, deswegen tun die Anbieter alles, dass es gut zu sehen ist bei Google, dass möglicherweise Anzeigen geschaltet werden und so. Die Dinge, die vielleicht gar nicht so unbedingt was kosten oder so, die findet man da nicht, weil da jetzt keiner eine Anzeige für schaltet, so, sag ich mal, so ein bisschen flapsig ausgedrückt. Grundsätzlich auch eine gute Quelle sind Reiseblogs. Da ist es tatsächlich so, dass man da teilweise wirklich häufig doch sehr gute Inhalte findet. Also, wenn man jetzt mal so sucht nach so Themen wie Barcelona an einem Tag oder an einem Tag mit Kindern, da stößt man dann häufig auf Blogs, wobei es natürlich ist, ehrlicherweise, das ist jetzt natürlich nicht, dadurch, dass man die jetzt meist nicht kennt, das mehr Erleben mit Doppel-E, weil ihr kennt halt eher more als mehr, weiß jetzt natürlich nicht, was steckt da jetzt wirklich dahinter, sind das jetzt Leute, denen man so trauen kann, wobei man die ja dann meistens auch auf der Seite sieht oder was. Aber, ähm, ja, also das ist natürlich so da jetzt hier, wenn man da jetzt so googelt, ah ja, Camp Nou, Camp Nou, keine Ahnung, wie es ausprobieren wird, wie gesagt, das wird da auch wieder empfohlen. Ach, das Schokoladenmuseum, guck mal, das haben wir bislang noch nie gesehen. Ja gut, bei 6 Euro Eintritt, Kinder sogar freier Eintritt, schalten die natürlich keine teuren Google-Anzeigen. So, jetzt bin ich hier auf der Seite vom Schokoladenmuseum, schalte wieder um auf Englisch. So, äh, ich hoffe das mit Verkostung. Also, ja, äh, reserve your chocolate experience. Also dann kann man hier mal gucken. Ja, also das ist noch eine, noch eine Idee, dass man sich so bei Blogs inspirieren lässt, auch wenn es da wenige gibt, die es wirklich geschafft haben, ähm, dass man jetzt sagt, das sind Personen, die man jetzt kennt oder so, aber, ähm, ja gut, das ist so ein Thema am Rande. Barcelona, hallo Barcelona, die Webseite kenne ich jetzt auch nicht. Achso, hier wird dieser Tibidabo Park wieder empfohlen. Ja, guck, also da kann man sich hier, äh, sicherlich auch inspirieren lassen durch Blogs. Das war, äh, jetzt auch noch eine Empfehlung. So, ähm, gut, dann alles, was mit Bewegung zu tun hat. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt ein Fahrrad gemietet, schön und gut, oder wir wollen kein Fahrrad mieten, sondern wir wollen irgendwie, ähm, wir wollen wandern zum Beispiel in Barcelona. Da empfehle ich gerne Komoot. So Komoot kann man in dem Maße, wie es nötig ist, auch für eine Kreuzfahrt auch kostenlos, äh, äh, nutzen. So, und ich würde jetzt hier normalerweise sagen, wo sind wir hier? Hier sind irgendwie die Liegeplätze im Moment in einem Umkreis, so, der nicht ganz so groß ist. Wir wollen jetzt mal hier, hier sind die, die Kreuzfahrtschiffe liegen hier normalerweise. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, was sind hier jetzt so in dieser Ecke für, für Wandertouren. Ähm, so, in diesem Gebiet suchen, machen wir nochmal. Und hier gehen dann diverse los. Also, wenn man jetzt mal schaut, äh, das sind halt Touren, die kann da jeder hochladen. 16,4 Kilometer, allerdings vier, vier Stunden. Vielleicht wegen der Höhenmeter, wobei so viele sind es gar nicht. Aber keine Ahnung, warum die jetzt so lange dauert. Aber, ähm, ja, man sieht halt, okay, ich bewege mich ein bisschen. Das geht irgendwie da direkt am Kreuzfahrt-Termin los, mehr oder weniger so. Und ich sehe ein bisschen was auf dem Weg, ne, was dann da zu sehen ist. Wanderhighlights, jetzt. Das ist dann hier immer zu sehen in der Seitenspalte. Muss man gerade einen Schluck Wasser nehmen. Hm. Also, das ist was, ähm, was ich wirklich, äh, empfehle, ohne wenn und aber. Es gibt auch noch Outdoor Active zum Beispiel. Das kenne ich persönlich nicht so gut, weil ich eher so jetzt auf Komoot hier fixiert bin. Aber Fahrradtouren könnte ich natürlich dann auch machen. Ähm, so, wenn ich da im Umkreis von, Moment, Liste, so, Karte wieder hier. So, jetzt wollen wir hier die Fahrradtouren sehen. Jawohl. So, und dann kann man mal sehen, was das für, oh krass, das sieht schon ein bisschen anspruchsvoller aus. Wobei, also, ich meine, gut, man sieht es nur und man denkt, ach, naja, das sieht ja von den Fotos, sieht ganz interessant aus. Denkt so, ach, knapp drei Stunden, 770 Höhenmeter. Oh, aber schwere Fahrradtour. Also, da würde ich, äh, mit öffentlichen Verkehrs, äh, da würde ich ein E-Bike vielleicht nehmen. Und dann der Startpunkt der Tour ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. So. Natürlich ist das so, bei einer Fahrradtour auf eigene Faust. Das ist natürlich schon insofern ein bisschen abenteuerlich, weil man immer nicht weiß, passiert da am Ende was? Oder, oder aber nicht so, ne? Weil es kann ja mal ein Platten sein, den man da nicht geflickt bekommt und so weiter. Bewegung auch, ähm, ein Thema, was ich bislang nicht so kenne, Geocaching. Ähm, das ist ja dann auch so das Prinzip, dass man irgendwo unterwegs herumläuft und dann einen Schatz sucht. Also, so ganz, ganz einfach erklärt. Äh, also Schatz in Anführungsstrichen, das ist natürlich nichts Wertvolles oder so. Das ist eben auch was. Das machen viele vielleicht, vielleicht probiere ich das demnächst mal aus. Also, das wäre auch noch was für Bewegung. Eine Informationsquelle will ich euch auch nicht vorenthalten. Klassische Foren, Kreuzfahrtforen, Wasserurlaubforum zum Beispiel. Da gibt es dann so Threads, ähm, wie individuelle Ausflugstipps. So, da haben wir jetzt hier in den letzten, seit 2014, haben jetzt hier auf 35 Seiten Leute immer irgendwas reingeschrieben. Das ist halt, um sich da durch, ähm, durchzuwühlen, ist halt nicht so ganz einfach. Ähm, oder beziehungsweise einfach ist es schon, aber es dauert halt. Und, ähm, ja, da muss man immer so ein bisschen sehen, äh, ja, ob einem das, ob einem das weiterhilft. Gut. Also, das nur Wasser-U-U-U-Forum. So, mhm, ja, was noch so ein Thema ist, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt, äh, in einer Stadt ist, natürlich Essen gehen. So, da, natürlich ist man geneigt irgendwie zu sagen, erst mal so, ach, Google. So, Restaurants, Barcelona, ja, und weil Google hat doch auch Bewertungen. So, das Problem dieser Bewertungen ist, das bringt einen halt überhaupt gar nicht weiter. Ja, meiner Erfahrung nach. Ähm, weil diese, ja, also da sind dann auch Touristenbuden, die, die, ja, irgendwie nix, wo nix taugt, die haben dann auch 4,5 von 7, äh, von 5, 4,5, äh, Bewertungen, 4,5 Punkte von 5, so wollte ich sagen. Also, das bringt einen alles, einen alles leider gar nicht weiter. Eventuell wieder TripAdvisor, ähm, Restaurants, Barcelona. Eventuell, da kann man es ein bisschen mehr eingrenzen nach Kategorie, wenn man sagt, okay, man möchte eher Fine Dining haben oder so, dann, dann kann ich hier, dann da suchen, äh, Gourmet-Restaurants zum Beispiel. So, dann kriege ich hier eine Reihenfolge angezeigt. Das erste, weil präsentiert ist eine Anzeige, aber was da empfohlen wird, con gracia. Ja, ob das jetzt wirklich, äh, so das Allerbeste ist, nur weil das jetzt hier in so einer Liste da auf Platz 1 ist, grundsätzlich da auch wieder Reiseblog. Es sind auch keine schlechte Quelle für sowas. Restaurant, Barcelona, mh, so, das Reisehappen.de. Naja, das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber, oh, ich war, das habe ich noch nicht gehört, ich war ja offenbar heute schon drauf, steht hier, aber gut. Ist nicht hängen geblieben. Ähm, The Travelette. Also, das bietet, we love Barcelona, Insider-Tipps. Sowas klingt ja grundsätzlich gut. Guck mal, das sieht auch authentisch aus hier, also, weiß man natürlich immer nicht, wer dahinter steckt, müsste man gucken. Aber, du willst Geheimtipps, ja, unsere Top 7 Geheimtipps. Und, ähm, aber sowas, na, sowas da mal zu recherchieren und durchzulesen, Bar del Pla, unsere Freunde Magda und Fer haben uns erst vor wenigen Monaten von der Bar del Pla erzählt und das klingt natürlich super, ne? Also, das ist, glaube ich, eine ganz gute Quelle, als da mal bei Google zu gucken, weil, wie gesagt, Google taugt da mal gar nichts. So. Ja, das ist es, würde ich sagen, gewesen. Wenn ihr selber noch Tipps habt, die andere weiterbringen können, wie sie denn am ehesten ihren Landausflug auf eigene Faust planen können, dann schreibt es gerne noch in die Kommentare. Ja, das waren jetzt hier Empfehlungen. Ich habe da jetzt, bin da jetzt mit keinem verbandelt oder so, deswegen war das jetzt mal so völlig, völlig unabhängig. Ja, ansonsten schreibt mir auch gerne, ob das für euch wertvoll war, ob ihr überhaupt noch was gelernt habt und, ähm, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut. Bis dahin. Achso, Daumen hoch wäre doch super. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.